Guten Morgen, Leute, zum letzten Tag des 5. Youths-European-Championsships hier in Schadeck, Nummer 4. Das war der Schaltschuss, jetzt zum Spiel. Das war der Schaltschuss, jetzt zum Spiel. Super, Mario, super, hopp, 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 perfekt. Geban, Curry, Rock, H Cait. Spohlen, Pia, Rot,업, Gute, Holyroof, Haube, St. Die Räder sind gut. Sehr gut, Matthias, ganz stark. Hallo, Mann! Hallo, Mann! Hallo, Mann! Hallo, Mann! Dieser junge Junge ist so stark und er ist so schwierig zu beten. Aus Versweiz, von Switzerland. Manuel EOS, Basque-Fan, was ein Rennen. Bitte, seid glücklich, seid glücklich, und er ist so schwierig zu beten. Da kommt Mario Feier, da kommt der vierte des heutigen Tages. Er ist zweiter in der Gesamtwertung, second overall, und der dritte K-Dub-Gagant. Alles klar? Ja, das ist ein Rennen. Ich habe die Schlaget-Fan, aber auch die Spanien, die Spanien sind. Die Spanien sind zu einem guten Fall, und das ist hart. Vielen Dank.